So, da sind wir auf zur nächsten Runde. Jetzt habe ich ja auch mal eine Ansage machen. Hahaha, ich musste drum betteln. Ich musste drum betteln. Schau mal nach oben, aber schieß noch nicht dagegen. Ich habe es gesehen, ja. Da ist auch noch mal eine Hängebombe da hinten, übrigens. Was heißt hier drum betteln, Alter? Ja, klar. Ist das überhaupt eine Birne oder so? Ja. Die Bombe packe ich jetzt über weg, die macht jetzt nicht so viel damage. So, für den ich noch ein bisschen das Wehrgewächterin. Aber was kriegen wir denn jetzt über? Also hier hinten sind zwei Ausgänge wieder mal. So, was kriegen wir denn jetzt für Monster? Mittelschirurgkrieger, Armbrust-Org, Fehrkampf, Fehrkampf hat sich der Kriegs-Magier-Wächter. Schneller Gegner, der versucht Kriegs-Magier-Wächter und Barrikaden zu sprengen. Gab es Lauf, hast du beim Kobold-Sabbateur? Ach du Scheiß. Wir haben jetzt zwei Eingänge. Das heißt, die werden... Hier werden sie... Ja, die werden auf jeden Fall hier immer schön in Labyrinthen lang laufen. Die werden wahrscheinlich genauso wenig wie wir da rüber können, so ohne weiteres. So, das heißt... Ich baue hier mal eine an. So, zuerst kommen sie da aus der Seite. So, ich würde dir empfehlen. Aber das ist hier gar nicht so einfach. Wo bist du denn? Da bist du. In diese Zwischengänge, weil die müssen diesen Labyrinth-Weg gehen. Hättest du deine großen, schlimmen Fallen setzen sollen. Ja, wir müssen jetzt erstmal gucken. So wie ich, an die Wand. So wie ich, an die Wand. Wir müssen jetzt erstmal Kühli behaupten. Ich bin jetzt eh erst auf Kleid. Ja, ich auch. Also Kleid ist relativ. Ich hab noch 200. Ich hab wohl. Oh, fast klar, dass die da noch nicht sind. Man schafft, wird euch gefällig. Ich hab jetzt vielleicht doch niemandem drauf geschraubt. Wo ist eigentlich Kürbisman? Der ballert von der Seite drauf. Ja, ja. Ohne mich, Jungs. Habt ihr euch mit der falschen Prozess überlegt? Ich geh die Umbrust. Ich hab keine Ahnung. Ich kenn die Umbrust nicht. Aber... Ich hab mich wahrscheinlich einfach nur so lebt, wenn ich mich so klingt. Ich hab keine Ahnung. Ich kenn die Umbrust nicht. So wie eine schöne Tode hintereinander. Ein öffnischer kleiner Kapp. Er ist aber auch nicht ins Zauberhandel zu ändern. Der Duft von Säure am Morgen vertreibt Koma und Sorgen. Lasst uns anfangen. Jetzt gehen sie durch die Wurzel. Das ist schon richtig kacke, dass man hier sieht, welchen Weg sie nimmt. Und ich habe ihn da in der Mitte durch. Au! Ah, die haben sich die Kisten weggehauen. Ja, das sind diese Saboteure, die können sich wegfahren. Sollt ihr da alles fallen? Ich muss doch nur gar nicht die Hüte machen und dann starten. Oh, das ist alles anders. Okay, safe. Scheiße, 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 scheiße. Ich habe keine Ahnung, wo wir so lange kommen. Und das geht mir leider gar nicht. Ist das nicht ziemlich kalt hier? Kommt für mich. Ja, ha ha ha. Tja, beleuchte Paracalan. Halt meine Barrikada! Wenn ich so weitermage, gehen dieавать die Ops aus. Vorne liegt noch im Schädel. Du bekommst aber wieder. Ja, vorne liegt noch im Schädel. Ops, bestehen aus so viel Träbi. St. Hast du ihn? Ja. Boah, die sind auf der anderen Seite. Ja, ja, ja. Du musst du bitte mal. Du musst dir ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Ja, gut. Jetzt bin ich nicht tot. Das sollten wir möglichst bald wiederholen. So, gibt es eine Anzeige, wie viele durchgekommen sind? Sind denn überhaupt welche durchgekommen? Ich könnte es mir schon vorstellen. Vielleicht hat mein kleiner Freund hier aber auch aufgehalten. Ich habe hier nämlich extra einen kleinen... ...blum platziert. So, alter Finne, leck mich doch, ey, ganz ehrlich. Ja, du bist ein Baby. Du musst dir auf jeden Fall verlangsam sein. Das geht gar nicht. Das ist ja noch gar nicht. So, ich bin blanke. Blanke als der Kartoffel der Mosklin. Das wird ihnen gefallen. Das wird ihnen gefallen. Oh, ich bin pleite. So. So, Alter. Oh, vor allem diese Saboteure müssen schnell sterben. Weil die kommen in die Barrikaden weg, die man noch hat. Die kommen in der Mitte, ja. Das ist schon echt ordentlich. Ja. Ich bin nämlich auf der SCENE. Nein. Ich bin jetzt hier der Menge. Ich bin jetzt nach vorne. Ja. Das war's. Ich bin jetzt hier. Brauch. Das war's. Da ist kein schönes Zettung. Das war's. Ich bin jetzt hier. Alter, das geht ab! Das geht ab, Alter. Das geht ab hier, wer hat noch nicht mehr. Öl noch mal, das ist wie auf dem Rummel. Das ist wie auf dem Hecht. Ist nicht extra die Böse gestärbt, die muss man auf dem Weg. Das ist ein bisschen schlau. Ja, das ist ein bisschen schlau. Das ist ein bisschen schlau. Hier ist die Kombination. Wir sind in der Ostrad. Wir sind in der Ostrad, meint er. Wir sind schon nah dran Das ist wie so ein Ego schlau auf Oga schießen, so ein bisschen Ja Oh, das fühlt sich mal anders Gibt es ein kleines Päuschen, Alter? Deine Mutter Gibt es ein kleines Päuschen? Gibt es ein kleines Päuschen? Das will kein Päuschen Gibt es ein kleines Päuschen? Oh mein Gott, die haben einen Zwerg getötet Oh mein Gott, die Schreine Wir haben Kenny getötet Oh mein Gott Oh mein Gott Ja 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 Das ist echt heftig Aber es ist fun Das ist geil Ja, das ist richtig geil Oh mein Gott Oh mein Gott Okay, auch zur letzten Runde Yay, kommen sie in der Mitte Oh mein Gott 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 Das ist richtig geil Oh mein Gott Ey, wir werden sofort zur Hilfe bei einem Freund Die sind schon nah dran Ach, scheiße Wenn sie einer Falle aufweiten, dann kommt sie ihn in die nächste Das wird sie die andere Ja Der Feind verlässt die Wiesen Ja Ja, es verkackt wir gerade ein bisschen Aber Sonst wird der Catchpass machen, ne? Nee, das sieht gerade sehr schlecht für uns aus Ach Quatsch, so viel ich gezählt habe Du bist jetzt mit zwei durch, das ist okay Der hat bei mir Fünfe gezählt Fünf? Ach du Scheiße Ich gebe nicht auf Nix dann, mir kommst du nicht neben vorbei Hast du noch eine Welle? Scheiße Okay, egal, vorne ist genug Vorsicht, die müssen direkt weg, die Bomber Wenn sie weiter machen, dann sagt sie auch nicht aus Ey, diese Bomber bombt natürlich die Barrieren weg und dann Was ist das? Au! Ich habe mich von denen reingerannt Super! Genau so macht man es nicht Mit der Held des Tages Ob ich den Highput erreiche Ob ich den Highput erreiche? Zwerg wurde geschlagen Kennt ihr mit Knapp jetzt siehst du nicht? Kennt ihr mit Knapp jetzt siehst du nicht? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Knapp wegkomme Ich bin im Highput Wir sind schon nah dran Ich bin im Highput Wir sind schon nah dran Wir sind schon nah dran Ah, wir haben einen ganz kleinen Verlust gemacht, er hat sich heute. Die haben keine Ruhe. Nein, wir haben... NOOOOOIN! NOOOOOIN! Alter. Oh mein Gott, ey. Oh man, okay, die erste Runde, die wir verloren haben. Das ist aber auch scheiße, die kommen aus drei Ecken, und wenn du diese Bombe nicht rechtzeitig zerstörst, das hast du keine Lust. Das ist schon heftig, ey. Das ist schon mies, das ist schon mies. Und ob wir es schaffen oder nicht. Tja, wer weiß das schon. Das seht ihr dann erst in der nächsten Folge. Wenn ihr da doch Lust habt. Hoffe ich doch. Wenn nicht, kommen wir zu euch nach Hause. Bis dahin und tschüss. Tschüss.